Das ist einfach eine sehr lockere, unaufgeregte Stimmung, in der man wirklich den Abend ausklingen lassen kann. Das ist einfach sehr, sehr schön. Vor allen Dingen diese rhythmische Komponente, modernere Lieder, vielleicht auch Lieder aus den 70ern, 80ern, die normalerweise nicht so im Chor gesungen werden. Da entwickeln wir unsere eigenen Sätze, die dann auch für unsere Bedingungen angepasst sind. Man merkte auch das Bemühen von allen, die hatten Spaß dran. Sie kamen, weil sie gemeinsam singen wollten und das ist so ein herrliches Gefühl und auch so eine Ausstrahlung des Chores, was man immer merkt. Eigentlich keine Chöre, die auf der Bühne Bier trinken oder wo der Chorlehrer auch mal eine Zigarette währenddessen raucht. Es ist halt einfach entspannter. Es ist entspannter. Wir haben keine direkte Chorkleidung. Wir kommen so, wie wir wollen, also typisch Neustadt. Ich glaube, das macht uns aus und unsere Musikwahl. R.E.S.P.C.G. R.E.S.P. R.E.S.P.